Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Episode der FIFA 16 Karriere mit Arminia Bielefeld. Wir sind am Start nach den letzten erfolgreichen Spielen bzw. vier Punkten aus der letzten Episode gegen unter anderem Peine Ost. Ja, ich darf es ja mittlerweile zumindest in den Videos sagen. Eintracht Braunschweig geht es heute weiter gegen den nächsten Nordklub und zwar gegen den FC St. Pauli. Und danach geht es in den Süden bzw. ins Preisgau und zwar gegen den SC Freiburg. Wird auf jeden Fall beides nicht einfach werden, beides interessante Partien. Tim Diaz müssen wir da rausnehmen. Dafür kommt der bereits im letzten Spiel aktive Ulm auf die 10 Mal sehen, wie der sich so machen wird. Ansonsten verändern wir nichts an unserer Startelf und gehen direkt, würde ich sagen, rein in die Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und drei Punkte und wir sehen uns dann gleich wieder. Der FC St. Pauli zu Gast in der Schülko Arena, zu Gast bei Arminia Bielefeld. Bereits das zweite Nordlicht innerhalb der ersten Spieltage für die Männer von der Alm. Und sie wollten natürlich genauso, wie schon gegen Eintracht Braunschweig, auch heute wieder mit einem Sieg das Stadion verlassen. Und ob das funktioniert hat, das werden wir heute direkt mal rausfinden. Beeindruckende Choreaie der Fans von Arminia Bielefeld. Aber es waren natürlich auch viele Hamburger mitgegriffen bzw. Hamburger, darf man ja gar nicht sagen, eher Hansestädter, die ihre Mannschaft auswärts unterstützen wollten. Melvin Lorenzen, so ein bisschen der Spieler im Fokus. Lustigerweise, ja, Bremer spielt so gesehen gegen die Rivalen statt. Allerdings muss man ja sagen, St. Pauli und Bremen, das ist jetzt nicht so wirklich der große Hass. Das ist eher der HSV, der mit dem Bremen rivalisiert ist. Nichtsdestotrotz, zwei Tore gegen Braunschweig. Heute wollte er genau da weitermachen. Hesel im Tor davor, Dirk Sundberg zusammen mit Börner und Schuppern in der Verteidigung. Davor dann Christensen, links erfahrene Rechtshemlein. Davor auf der 10, ja, Ulm, Dennis Ulm, der den verletzten Diersen ersetzt und im Sturm wieder Bad Finne und Melvin Lorenzen bei den Bielefeldern. Auf der anderen Seite sah das Ganze auch gar nicht mal so schlecht aus. Im Tor haben wir da natürlich Himmelmann, davor Nährig, Drobo Appel, Lasse Soberg und, ja, Jeremy Dudziak, der ehemalige Dortmunder. Davor dann Alushi und Buchtmann, so Botar, Jatkovski und Rayo Miyaichi, der ehemalige Arsenal-Spieler in der Offensive. Zusammen mit Lennart Hü, dem einzigen Stürmer im System, der Hansestädter. Gut, also, wunderbares Fußballwetter. Das Ganze ideal eigentlich für auch ein schönes Fußballspiel. Hesel bereitete sich darauf vor, im Idealfall nicht so viel beschäftigt zu werden und Thür bereitete sich darauf vor, diesen Mann eben zu beschäftigen. Wir springen rein in die erste Aktion der Partie und die war auf Seiten von Arminia Bielefeld. Nach knapp acht Minuten kommt der Ball hier erstmal zu Melvin Lorenzen. Der versucht es einfach mal, eigentlich noch weiter am Tor vorbei. Trotzdem die erste Annäherung der Arminia, das sah schon gar nicht mal so schlecht aus. Auf der anderen Seite hat auch Pauli seine Chancen. Hier haben wir Miyaichi, die Flanke kommt rein, erstmal abgewehrt. Und dann kommt Thür nochmal, da ist dann Jatkovski nochmal Thür und abgewälscht. Der Ball dann im Endeffekt zur Ecke geklärt, das war ganz schön gefährlich. Aber Arminia nochmal mit einem blauen Auge davon kommt. Trotzdem waren sie das bessere Team und spielten sehr gut nach vorne. Hier verlängert Finne die Flanke und Lorenzen geht aus unerklärlichen Gründen mit dem Kopf hin. Anstatt einfach mit dem Fuß, ja, quasi den Ball aufs Tor zu bringen. So blieb es beim 0-0. Allerdings gibt es aus dieser Szene noch eine weitere Chance, die entsteht. Wir sehen den Einwurf für die Arminia. Der Ball, ja, kommt natürlich erstmal wieder in die Mitte. Und zwar dann zu Melvin Lorenzen. Und der legt nochmal einen weiter auf Sturmkollege Bart Finne. Und der Norweger, ehemaliger Kölner Leihgeschäft. Ja, der Domstädter versucht es hier mal, zieht den Ball allerdings am Tor vorbei. Arminia mittlerweile trotzdem das bessere Team. Hier sehen wir Hemlein auf außen. Der macht das da klasse gegen Jeremy Dudziak. Und wird im Endeffekt gefoult, aber nicht von Dudziak, sondern von Soböck. Und es gibt den Elfmeter nach ungefähr 42 gespielten Minuten. Ganz blödes Foul. Ausgerechnet von dem Mann, der der ehemalige Hamburger war. Er bringt hier St. Pauli ins Hintertreffen. Beziehungsweise bringt der Arminia die Riesenchance. Auf den Führungstreffer ist eine Sache für Bart Finne. Gerade hat er seine Chance vergeben. Und jetzt macht er das Ding rein. Himmelmann in die Faltsjägge geschickt. Und dementsprechend 1-0 für Bielefeld. Die Schülker reden auch aus dem Häuschen. Und das vollkommen zu Recht. Denn die Männer in blau gekleidet waren das bessere Team. Und hier sehen wir Bart Finne. Er freute sich so richtig über sein erstes Tor im Dress der Armin. Wunderbar geschossen. Elfmeter Himmelmann ohne Chance. Und die verdiente Führung nach knapp 42 Minuten. St. Pauli versuchte zurückzukommen. Die wollten sich gar nicht irritieren lassen. War natürlich ein bisschen geschockt. Aber machten das an sich ganz gut. Schadkowski mit dem Versuch. Aber kein Problem für Hesel. Der war mittlerweile so ein bisschen warm geschossen. Auch wenn er nicht viel auf den Kasten bekam. War er wach. Und das zeigte er in dieser Situation. Das war auch die letzte so vor der Halbzeit. Die erwähnenswert war dieser Freischuss von Buchtmann hier nochmal. Eigens rausgeklärt. Herr Himmelmann möchte ganz gerne kontern. Wird allerdings vom Schiedsrichter unterbunden. Denn es gibt den Pausentee. Also nach 45 Minuten die verdiente Führung für Arminia Bielefeld. Von St. Pauli hatte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht so viel gesehen. Da musste noch ein bisschen was kommen. Allerdings gibt es ja immer noch die zweite Halbzeit. Und da kann natürlich noch vieles passieren. Bart Finnes Tor machte zu diesem Zeitpunkt den Unterschied. Aber wir schauen einfach mal rein. Wie sie das Ganze im zweiten Durchgang dann entwickeln sollten. Die erste Situation. Ja das sah eigentlich nicht so schön aus für Damina. Denn David Ulm musste runter bereits nach 52 Minuten. Hält sich den Arm. Und warum das Ganze ganz einfach. Hat er sich im Zweikampf verletzt. Der zweite Zehner der ausfällt. Er ist nur für ein paar Tage die Verletzung nicht weiter schlimm. Fabian Knoos kam rein. Nicht auf der gewohnten Stürmerposition. Nein. Er spielt jetzt auf der Zehn. Hinter den Spitzen quasi. Hinter Melvin Lorenzen. Und hinter Bart Finne. Er hat allerdings zunächst einmal gar nicht mehr so viel zu tun. Denn St. Pauli drückte jetzt ein bisschen mehr nach vorne. Wollte den Ausgleich doch ganz gerne haben. Wollte zumindest einen Punkt mitnehmen. Und bekam auch seine Chancen in der Offensive. Hier wunderbar freigespielt. Jarkowski mit dem Schuss. Das war die größte Chance bis zu diesem Zeitpunkt. Allerdings ist es kein Problem für Hesel. Der den Ball direkt auf den Mann bekommt. Versuch. Ja schnell zu kontern über Lorenzen. Der ist ja ein schneller Spieler. Spielt nochmal den Ball raus. Auf Afana. Auch der Franzose gar nicht mal so langsam unterwegs. Allerdings dann doch ein bisschen super spielt. Und verliert den Ball dann im Endeffekt in der Vorwärtsbewegung. Daraus hätte definitiv mehr werden können. Schuppern. Ja nochmal mit der Flanke jetzt hier. Aber im Endeffekt ist das nicht mehr weiter gefährlich. So wir kommen weiter in die Offensive von St. Pauli. Wir sehen einen Konter. Jarkowski oder auch nicht. Da ist nämlich Bart Finne. Der erkannt aus der Distanz. Wunderbarer Schuss. Und Himmelmann muss aufpassen, dass er da nicht überlupft wird. Steht weit vor seinem Tor. Und hat da Glück, dass der Norweger etwas zu niedrig gezielt hat. Die Chancen auf der anderen Seite häuften sich dann in der Folge. John Verhoog mittlerweile eingewechselt. Kopfball. Und auch da war Hesel noch dran. Verhindert hier. Das 1 zu 1 war in den Ausgleichstreffer. Allerdings wie gesagt. Jetzt plötzlich drückte St. Pauli. Und hatte auch die besseren Chancen in der Schussphase. Also wir gehen rein und sehen wieder mal auf rechts außen. Eine Flanke in die Mitte abgelegt. Wieder auf Jarkowski, der ein starkes Spiel macht. Und im Endeffekt der Schuss im letzten Moment gehalten von Hesel. Szene noch nicht vorbei. Denn die Chance ist noch lebendig. Allerdings wieder verzogen. Sie nutzten ihre Chancen nicht. Und das war das ganz große Problem der Arminia in dieser Phase. Auf der anderen Seite dann die letzte Szene der Partie. Das letzte Highlight. Es blieb also beim Sieg für Bielefeld. Die Frage nur noch in welcher Höhe. Eckball. In der fünften Minute der Nachspielzeit. Obwohl zwei angezeigt waren. Schöner Kopfball. Allerdings eine Weltklasseparade von Himmelmann. Dementsprechend weiterhin 1 zu 0. Trotzdem noch ein weiterer Eckball. Und wir haben gesehen bei Kopfbällen. Da sind sie gefährlich. Kommt auch nochmal gut. Allerdings wieder die Parade besser. Als der Kopfball war die letzte Aktion der Partie. Und dementsprechend Schlusspfiff vom Schiedsrichter. 1 zu 0. Heimsieg also für Arminia Bielefeld. Gegen ja zumindest in der zweiten Halbzeit gleichwertige Männer aus der Hansestadt. In der ersten Halbzeit haben sie zu wenig investiert. Pechgart mit dem Fall von Soböck gegen Himmelmann. Der den Elfmeter verursacht hat. Und so gewinnt die Arminia hier ihr Heimspiel vor heimischer Kulisse. Und das im Endeffekt auch verdient. So Freunde. Ich würde sagen das war nochmal ein relativ angenehmer Sieg. Ich meine gut die hatten noch ein paar Chancen. Aber es war jetzt nichts so dramatisches. Von daher. Ich denke damit können wir ganz gut leben. Wir haben drei Punkte eingefahren. Und jetzt wollen wir das natürlich bestätigen. Allerdings wird das auch wieder nicht so einfach werden. Denn wir spielen gegen den SC Freiburg. Wer jetzt aufgepasst hat aufmerksam in der letzten Bundesliga-Saison. Da haben sie nämlich noch im Oberhaus gespielt. Das heißt sie sind abgestiegen. Und haben mit Petersen beispielsweise einen richtig guten Stürmer. Und wenn man die Chancen nicht so fahrlässig liegen lässt. Wie gerade beispielsweise Jadkowski. Dann könnte das zum Problem für unsere Defensive werden. Apropos Defensive. Stefan Seiger. Sandhausen interessiert daran. Wir wollen natürlich nicht für Untermarktwert abgeben. Wir geben schon gar nicht an quasi einen direkten Konkurrenten. Aber im Endeffekt kann ich euch schon mal sagen. Vielleicht finden wir ja noch eine Einigung. Wir werden es sehen. Vielleicht noch in dieser Episode. Zunächst nochmal gehen wir weiter aufs Spiel gegen Freiburg zu. Und machen ein bisschen Training. Erfahrene sehen wir hier in dem Screen noch drin. Und hier sehen wir die Ergebnisse. Einmal schon von Christiansen. Äh Quatsch. Christiansen Christensen. Und von Bad Finne. Und dann noch von Lorenzen. Und von Hemlein. Und von wem noch. Ich weiß gar nicht. Börner war es glaube ich. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Äh ja sind die Ergebnisse in Ordnung. Und dementsprechend können wir damit ganz gut leben. Die Trainingswoche erfolgreich abgeschlossen zu haben. So Sandhausen hat ein weiteres Angebot gemacht. Wir erhöhen das Ganze nochmal um ein wenig. Denn wir wollen doch schon ganz gern etwas mehr als Marktwert haben. 765.000 wäre das was ich ganz gerne haben würde. Für meinen Innenverteidiger. Der ja nur der ich glaube vierte ist in unserer Hierarchie. Und den ich dementsprechend auch abgeben würde. Beziehungsweise willig wäre abzugeben. Aber ob Sandhausen das Ganze bezahlen möchte. Ist natürlich auch die Frage. Ähm wir werden sehen was da kommen wird. Tatsächlich sie wollen es annehmen. 765.000. Das heißt wir spielen nochmal ein bisschen Geld in unsere leeren Vereinskassen. Die ja wirklich nicht so prall gefüllt sind. Wir haben das große Glück. Dass wir trotzdem gute Transfers gemacht haben. Auch wenn sich Diersen beispielsweise verletzt hat. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir haben mit Ulm einen weiteren Verletzten. Und dementsprechend mal sehen wer auf der 10 spielen wird. Das ist meine Stimme hier gerade weg. Das tut mir leid. Äh ich kann es euch schon mal vorhersagen. Fabian Klos wird auf der 10 spielen. Kriegen erstmal noch ein Angebot für Hörnig. Und zwar von ähm TSG 18 TSV 1860 München. Allerdings ist das mir noch ein bisschen zu nie. Auch da möchte ich ein bisschen mehr haben. Und ob das Ganze wieder überboten wird. Sehen wir erst nach dem Spiel gegen Freiburg. Und das kommt jetzt. Und dafür machen wir die Ausstellung. Wie gerade gesagt Ulm geht raus. Klos geht rein. Das ist eigentlich auch die einzige Erinnerung. Mehr passiert großartig nicht. Und äh ich denke mal das ist auch ganz in Ordnung. Denn wir haben ja gerade gewonnen. Und das wollen wir jetzt fortsetzen. Die nächsten drei Punkte holen. Und das auswärts im Breisgau. Äh ich denke mal das wird schwierig. Aber wir kriegen das schon hin. Viel Spaß. Und äh wir sehen uns dann. Was mache ich denn noch? Nichts mehr oder? Oder? Ne. Alles klar. Wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß. Bielefeld zu Gast im Breisgau. Der Drittliga-Aufsteiger im Vergleich mit dem Erstliga-Absteiger. Und der Erstliga-Absteiger durfte zunächst einmal zu Hause spielen. Die Kulisse war sehr sehr gut im Breisgau. Und dementsprechend wollte man natürlich seine Fans zufrieden stimmen. Und die Arminia direkt mal mit Nullpunkten wieder nach Hause schicken. Die Choreografie, wie es mittlerweile üblich ist in der zweiten Liga. Vor der Partie wieder ja auf jeden Fall Erstliga-tauglich. Allerdings geht es ja nicht um die Fans, sondern um die Mannschaften auf dem Rasen. Und die sehen, wenn man sie direkt mal vergleicht, eigentlich gar nicht so unterschiedlich aus vom Personal her. Zumindest wenn man sich so die Profile anguckt. Natürlich ein bisschen namhafter auf Seiten vom FC Freiburg, SC Freiburg. Allerdings liegt das auch ganz klar auf der Hand. Denn die sind ja gerade erst abgestiegen und haben nicht so viele Spieler abgegeben. Beziehungsweise haben gerade junge Spieler, die sie nicht unbedingt abgeben mussten. Was natürlich zum Vorteil werden kann, denn die Mannschaft kennt sich. Wir haben im Tor erstmal Klandt davor, dann Kübler zusammen mit Höhn-Torrejon und Hedenstart. Auf der Sechs haben wir dann Abraschi zusammen mit Nikolas Höfler und dafür Mats Möller-Deli. Zusammen noch mit Vincenzo Grifo und Mike Franz im Sturm. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Gerade Grifo ein sehr, sehr guter Spieler vor der Saison. Er ist verpflichtet auf der anderen Seite. Auch einige Neuverpflichtungen in der Startelf. Unter anderem natürlich die beiden Stürmer Melvin Lorenzen und Bart Finner. Auf der Zehn heute Fabian Klos. Dahinter dann Afane und Hemlern auf der Sechs. Christensen auch ein Neuzugang. Schuppan auf der Linksverteidiger-Position. Dann haben wir in der Innenverteidigung Börner. Und natürlich auch Soko Sundberg auf der Rechtsverteidiger-Position. Florian Digg und im Tor wie immer Wolfgang Hese. Sehr, sehr gute Aufstellung auf beiden Seiten. Die Arminia kommt mit einem Sieg im Rücken. Und wollte natürlich auch hier wieder drei Punkte mitnehmen. Freiburg wollte das verhindern. Quasi Bundesliga-Alltag in der zweiten Liga. Beziehungsweise in der quasi zweiten Balletage des deutschen Fußballs. Wir gehen rein, erste Aktion der Partie. Und es entwickelte sich so ein kleines Muster. Bielefeld hat den Matchplan und der bestand aus richtig Flanken. Schöner erster Ball. Und da ist der Kopfball von Hemlern noch nicht so gefährlich. Aber das sollte sich in der Folgezeit noch ein bisschen ändern. Hier kommt der Ball wieder mal raus auf Afane. Der macht das auch gut. Direkte Flanke diesmal Christensen ist da. Der Sechser der Däne war mit einer richtig guten Haltung jetzt zumindest mal da. In der B-Note gibt es auf jeden Fall die Note 1. Allerdings leider nicht effektiv beziehungsweise knapp über den Kasten hinweg. Es ging weiter über Flanken. Überraschung, Überraschung. Wieder gut gemacht von Afane. Wieder die Flanke und der Kopfball. Ja, sieht diesmal nicht so gefährlich aus. Gibt aber einen Eckball. Und aus Ecken kann ja theoretisch ein bisschen was entstehen. Florian Dick bringt die hier in die Mitte. Und der Kopfball kommt wieder. Allerdings geht der am Tor auch vorbei. Trotzdem spielte Freiburg hier mit dem Feuer. Denn die Arminian hätte sich immer weiter an. Wieder der Ball nach außen. Und zwar wieder auf Afane. Und diesmal bringt er die Flanke. Und zwar flach. Und Lorenzen ist nicht ganz darauf vorbereitet. Allerdings setzen sie weiter die Verteidigungskette von Freiburg unter Druck. Und dementsprechend generieren sie hier einen Einwurf. Und das Ganze wird jetzt interessant. Kommt nämlich reingebracht. Und da haben wir Bad Finne. Und da haben wir Hemlein. Und der flankt einfach mal aus dem Halbfeld. Und da ist Lorenzen an den Pfosten. Und Lorenzen mit dem Tor. 1 zu 0. 37. Minute. Der Führungstreffer für die Arminia aus Bielefeld. Und wieder ist es Melvin Lorenzen. Dritter Saisontreffer für die Leihgabe vom SV Werder Bremen. Und das war richtig gut gemacht von Hemlein. Einfach mal aus dem Halbfeld geflankt. Der wunderbare Kopfball von Lorenzen wuchtig an den Pfosten. Und der Nachschuss sitzt dann. Keine Chance diesen Ball irgendwie noch zu halten. Freiburg hingegen war bis zu diesem Zeitpunkt nicht ein einziges Mal vor das Tor gekommen. Wollte jetzt aber mehr. Und kam auch plötzlich nach vorne. Hier haben wir Mike Franz. Mats Möller-Dilly der Norweger. Auch zurück auf Mike Franz. 1 zu 1. So schnell kann das gehen. Erster Torschuss. Hesel geschlagen. Und Hesel muss man auch ganz ehrlich sagen. Trifft da absolut keine Schuld. Was für ein Strich von Mike Franz hier. Nach knapp 45 Minuten. Es war wie gesagt die erste wirkliche Offensivaktion. Und direkt das Tor. Die Fans also wieder milde gestimmt. Und damit ging es dann in die Halbzeit. War nicht verdient für Freiburg. Gar keine Frage. Das Spiel machte der Drittliga-Aufsteiger. Und zwar gerade über diese sehr gefährlichen Flankenläufe. Von der linken Seite über Affane. Auch auf der rechten Seite machte Himmler und der Vorlagengeber zum 1 zu 0 sehr sehr viel Druck. Er stand allerdings 1 zu 1. Und in der zweiten Halbzeit wollte sich Freiburg natürlich darauf konzentrieren, nicht mehr so viel über Flanken zuzulassen. Hatten so ein bisschen ihren eigenen Plan geändert. Dementsprechend musste Bielefeld sich was Neues einfallen lassen. Und das funktioniert so nicht so wirklich. Die versuchten es weiter über Flanken und die waren nicht mehr so gefährlich. Denn in der Halbzeit natürlich auch hatte sich Freiburg gut darauf eingestellt. Hier nochmal ein Versuch einer Flanke. Allerdings direkt auf den Keeper und dementsprechend nicht weiter gefährlich. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Und zwar, ja mittlerweile schon in die 73 Minuten das Spiel verflachte zusehends. Denn, ja, Freiburg verwaltete und Bielefeld hatte keine Ideen außer Flanken. Hier versuchts mal Himmler ein bisschen zu egoistisch. Und aus diesem Angriff ergibt sich dann folgende Situation. Hier haben wir den Ball außen bei Philipp. Der gibt den in die Mitte zu Abraschi. Der mal weiter auf Höfler. Der raus auf Philipp. Und Philipp bringt den nochmal in die Mitte. Und plötzlich ist der Höfler da. Und es steht 2 zu 1 für Freiburg. Das kam aus dem absoluten Nichts. Niemand hatte wohl hier damit gerechnet, dass Freiburg, wenn er in Führung gehen würde, das einzige Team, das in der zweiten Halbzeit die Initiative gezeigt hatte, war Minja Bielefeld aber mit dem zweiten Tor schon, mit dem zweiten Schuss überhaupt in der Partie. Mit der zweiten Chance, der zweiten Offensivaktion macht Freiburg das zweite Tor. Hätten sie die Effektivität meiner ersten Liga gehabt, dann wären sie eventuell nicht abgestiegen. Bielefeld sah sich um den verdienten Lohn für ihre Arbeit gebracht. War natürlich zunächst einmal mit hängenden Köpfen zurück zum Anschlusspunkt getrottet. Allerdings wollten sie das so auch nicht auf sich sitzen lassen und versuchten es nochmal. Und zwar nicht über eine Flanke, sondern über einen Distanzschuss von Melvin Lorenzen. Schönes Ding. Allerdings gehalten. Eckball. 90. Minute. Alles nach vorne. Auch der Keeper. Auch Wolfgang Hesel mit von der Partie. Standardspezielle Dick bringt den Ball in die Mitte. Und da ist Börner. Und es steht 2 zu 2. Vierte Minute in der Nachspielzeit. Bielefeld gleicht tatsächlich nochmal aus. Und natürlich durch einen Kopfball. Es war nicht sonderlich überraschend. Das ganze Spiel der Bielefelder beruhte im Endeffekt auf Kopfballen. Und die Ostwestfalen kommen genau damit im Endeffekt noch zum Erfolg. Ganz schwach verteidigt hier in der Situation. Drei Verteidiger mehr oder weniger sind für Börner eingeteilt. Torwart kommt auch noch raus. Niemand kommt an den Ball ran. Und der schlägt dann ein. Und das war die letzte Aktion der Partie. 2 zu 2 also zwischen dem Aufsteiger und dem Absteiger. An sich ein gerechtes Ergebnis, wenn man mal so auf die Effektivität guckt. Auf der anderen Seite hat Bielefeld natürlich viel mehr investiert. Hätte eventuell verdient gehabt, hier drei Punkte mitzunehmen. Als waren sie trotzdem zufrieden, dass sie nach dem späten Rückschlag, nach dem 2 zu 1 mit dem zweiten Torschuss, tatsächlich noch ein Tor gemacht hatten. Den Ausgleich gemacht hatten. Und Julian Börner hatte damit seinen Fehler, den er kurz vor dem 2 zu 2 als Stellungsspiel so ein bisschen gemacht hatte, wieder wettgemacht. Freiburg also mit einem überraschenden 2 zu 2. Hat nicht so viel gezeigt. Bielefeld wird immer stärker. Und könnte richtig Spaß machen in Liga 2. Die Aufsteiger mischen die Liga tatsächlich so ein bisschen auf. Ich denke mal, mit einem 2 zu 2 in Freiburg kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Das war eine gute Partie, die wir gemacht haben. Es war sehr, sehr schön, dass es mit den Flanken funktioniert hat. Das ist auch in Zukunft eine Alternative. Denn mit Klos haben wir ja einen, wenn er spielen sollte, der sehr kopfballgefährlich ist. Die essen jetzt eventuell nicht so. Aber auf ein 10, warum eigentlich nicht? Ich meine, Entwicklungspotenzial hat da eh nicht mehr. Und dann kannst du ihn eigentlich auch da hinstellen, wenn Ulm, der hat jetzt im ersten Spiel auch nicht so gut gespielt bis zu seiner Verletzung, wieder fit ist, werden die beiden sich vielleicht so ein bisschen streiten. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, ich denke mal, dass Klos da eigentlich die bessere Variante ist. Einfach, weil er die Erfahrung hat. Er hat einen guten Abschluss. Er ist natürlich auch noch Stürmer. Das heißt, er kann Tore schießen. Und er ist groß. Dementsprechend kann er Kopfbälle. Genauso wie Lorenzen und Finne. Auch wenn Finne eher auch noch als Flankengeber fungieren kann. Aber das ist ja egal. Wir sind auf Transfer-Deadline-Day. Wir haben noch ein akzeptiertes Angebot von 1860 München. Die werden dementsprechend uns noch einen weiteren Spieler abnehmen, noch einen weiteren Innenverteidiger. Allerdings mache ich den Rest des Transfer-Deadline-Days in der nächsten Episode. Denn ich will noch so ein bisschen da das Ganze stretchen. Ich hoffe, ihr versteht das. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich selber freuen. Und ich wünsche euch natürlich auch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem Transfer-Deadliner beziehungsweise den letzten neun Stunden des Transfer-Deadline-Days, der eigentlich 24 haben müsste. Bis dann. Haut rein. Und ciao.